Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Fortnite Mobile ist endlich zurück. Mit dem Release von GeForce Now können wir jetzt endlich wieder Fortnite auf unseren iPhone spielen, nachdem Fortnite vor fast zwei Jahren von Apple aus dem Store gebannt worden ist. Übrigens, Freunde, so sieht das Ganze auf dem Handy aus. Wir werden das Ganze heute mal testen. Ich bin richtig Hype drauf. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Und tragt auf Korrekt mein Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Oh mein Gott, Freunde. Wir sind wieder da. Ja, wir spielen auf einem iPhone Fortnite. Wie lange ist das her? Ich schwöre es euch, diese epische Musik gerade im Hintergrund. Ich kriege Gänsehaut. Ich würde sagen, ich zeige euch mal eben alles. Ich glaube nicht, dass sich viel verändert hat, aber zieht euch das Ganze mal rein. Das ist übrigens nicht mein richtiger Account. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Der Brummi-Bernd, das bin nicht ich. Also schon irgendwie, aber ohne Skins. Ja, es sieht aus wie damals, aber es ist irgendwie geiler. Ich würde sagen, wir verlieren auch gar nicht so viel Zeit. Wir spielen eine Runde. Oh mein Gott. Ja, ja, das hat Vibes von Playstation 1 und 2, Digga. Ich würde sagen, wir gehen direkt raus. Wie geht das? Los geht's, Freunde. Zuletzt habe ich auf dem Handy gespielt in Season 2, Kapitel 2. Das waren Zeiten. Ich habe übrigens keine Ahnung, was wir für Gegner bekommen. Es könnten PC-Spieler sein oder vielleicht auch Handyspieler. Okay, hier gehen schon mal welche runter. Es könnte interessant werden. Oh, ich wollte hier gar nicht landen. Wie hebt man eine Waffe auf? Wie geht das? Er hebt sich von alleine auf. Let's go. Alter, das ist so schwierig. Respekt an die Handyspieler. Wie kriegt ihr das hin? Hier heilt man sich. Ey, da feiten welche. Wie geht das? Oh, ich habe es rausgefunden. Es ist doch ziemlich einfach. Digga, wie ein Bummi. Wie das erste Mal Fortnite. Wie swingt man denn jetzt? Ich brauche Hilfe beim Swingen. Okay, ich bin gerade irgendwo unter Gewalt. Sag mir nicht, dass es Swingen da oben. Das sieht aus wie ein Pümpel. Lieg, Netz. Doch. Hey, das läuft besser als gedacht. Oder auch nicht. Mann, die sterben schon alle. Oh Gott, da feiten welche. An dem Ort, wo ich noch nie gewesen bin. Da ist er. Schieß. Schieß. Mach doch irgendwas. Du fieser Mistkerl. Boah, der hat eine Pumpgun. Werden wir unseren ersten Kill machen? Ich glaube nicht. Wo auch immer dieser G-Pin ist. Ey, wie kann man so spielen? Hallo? Ich bin's. Der Udo. Nein, Spaß. Was willst du? Oh, oh. Schieß aus der Zeugel, Bruder. Los, schieß. Erster Kill. Let's go. Wie kann man nachladen? Wie geht das hier alles? Ich bin überfordert. Aber wie kann ich Sachen aufheben, die ich mitnehmen will? Ich bin so überfordert. Hallo? Wie geht das? Ey, das ist voll geil eigentlich. Was cool ist, ihr könnt die Sachen einfach reinsliden. Zack, 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 zack. Geht ihr durch? Wusste ich nicht, weil ich lange nicht gespielt habe. Haben wir Schaden bekommen? Nee, auch nicht. Okay, let's go. Es läuft bei uns. Digga, wie sieht der Baum aus? Ich kann nicht mehr. Was ist das für eine Grafik? Die haben echt keine Kosten und Mühe dir gescheut. Fuckt euch das an, ey. Was ist das? Oh nein, ich höre Wölfe. Das ist gar nicht gut. Ich hasse euch. Ich verpisse euch. Ey, da zieht euch. Ich will nichts von euch. Haut mal ab hier. Ich muss mal ein Zeichen setzen. Jetzt geht's. Ich will nicht sterben. Ja, okay. Oh mein Gott. Geh halt weiter auf mich drauf. Jetzt schießt auch noch einer. Was passiert dir? Leute, helft mir. Ich will nicht drauf gehen. Ich muss bauen. Wie kann man bauen? Bitte, helf mir. Ich baue mich ein. Oh Gott. Er ist drin. Nein. Bilder. Wolf hat mich eliminiert. Das ist ja noch nie passiert. Hey, Wolverine, alter Bruder. Was machst du denn hier? Das passt ja richtig. Wo sollen wir runtergehen? Bei Bummis? Oder bei heftigen Schwätzern? Wo gehen wir runter? Ich droppe direkt. Das Gefühl, wir könnten Gegner finden. Boah, hier ist so eine Warna, alter. Aber es wird geil werden. Neue Runde. Neues Glück. Ist hier irgendeiner mit? Mir runter? Alter, wie viele sind hier? Oh Gott. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich habe keine Waffe. Der hat nicht mal den Spitzhack in der Hand gehabt. Ey, wie ehrenlos der auf mich drauf geht. Ich habe keine Waffe. Oh Gott. Ich habe eine Waffe. Let's go. Verpisst euch. Nein. Äh, reinzoomen und Feuer. Du kleiner, fieser Mistkerl. Komm noch her. Komm noch her, wenn du was willst. Hab ich doch gesagt. Hier ist noch einer. Nachladen. Das war keine gute Idee. Das ist schlimmer wie ein Tiltetowers. Oh, lep. Ich bin getroffen. Was? Der Typ hat mich genowskoped. Wie gut sind die denn hier? Was? Oh Gott. Warum droppen wir so viele, nur weil das Hotdrop ist? Da ist die Stadt. Ich liebe dich, Ort. Du bist wunderschön. Bitte gib mir eine Waffe. Komm schon. Du widerlicher. Oh, der gönnt die Waffe, oder? Was ist das überhaupt? Ey, das ist ein ekliger AK. Sleepy Sound. Der wusste ich doch. Hallo. Nein. Brutus. Mein Bruder. Er ist down. Das liegt alles an der Sensi hier. Die ist ja so wild eingestellt. Warte mal, klappt der Trick mit dem Autoreifen hier auch? Wir werden das gleich ausprobieren. Wir laufen jetzt dahin, wo die Schüsse sind. Das finde ich voll geil. Irgend so ein kleiner, fieser Mistkerl hat hier eine Waffe aufgehoben und meint, er könnte hier einen Big Johnny spielen. Aber so nicht, Kollege. So nicht, mein Junge. Ich bin Wild-Tweeter. Pokémon-Trainer und ein Spieler, der scheiße in dem Spiel ist. Ist hier irgendwo. Ranzoom? Nein, nicht Ranzoom. Zoom. Zoom. Oh Gott. Der läuft weg. Bleiben Sie stehen. Ich habe das Recht zu schweigen. Für immer. Okay. Wie kann man Kisten öffnen? Oh mein Gott. Es gibt eine eigene Taste dafür. Das ist ja geil. Gib mir die Waffe. Aber wir bauen mal eine Runde. Wie geht das? Ich wähle eine Treppe aus und drücke auf diesen Knopf. Let's go. Ich kann bauen. Schuh. Let's go. Das ist ein Lambo. Ich will Auto fahren. Wie fährt man Auto auf dem Handy? Ich steige ein und dann... Oh nein. Wir machen Musik aus. Ich mache direkt einen Notfall. Hat fünf Sekunden gedauert. Ey. Musik ist nicht aus. Tschüss. Das ist ja voll crazy-swayzy schwer. Ich kann nicht Auto fahren. Oh mein Gott. Oh Gott. Das stimmt bei den Häusern nicht. Wir haben einen Code 24. Oh Gott. Ich schieße auf einmal. Ich wusste nicht, dass diese Taste da auch ist. Was trägt GeForce an? Wir haben 29 Minuten noch. Let's go. Falls ich aus dem Wasser komme, können wir die Runde noch gewinnen. Hier war irgendwo einer. Erster Loot Drop. Das sind alles erste Male hier. Scheiße. Wir holen uns jetzt den Loot Drop. Wie geht das? Geh kaputt. Du Ekliger. Warum baue ich jetzt gerade? Ich baue auf einmal. Warum? Ich bin so maximal überfordert. Hallo. Ich will dich bauen. Bitte komm runter, Drop. Let's go. Gib uns was Gutes, Fortnite God. Komm schon. Okay, Granite Launcher. Nicht schlecht. Ich probiere es jetzt aus. Wird der Reifen den Stein wegschleudern können? Funktioniert dieser heftige Trick? Feuer. Es geht. Alles klar. Was ist jetzt hier zwei Klombos? Da ist einer. Da ist ein Gegner. Gegner. Oh Gott, der aimt auf mich. Nein. Er hat sogar Blutschild. Okay, er ist tot. Das ist ja voll OP. Ich spiele echt nur noch auf dem Handy. Das mit dem Anvisieren ist total einfach. Ich laufe hier einfach so rum. Aber wir sollten vielleicht nochmal bauen. Man wählt aus und dann drückt man einfach. Okay, ist eigentlich gar nicht so schwer. Guck. Zack. Ich baue jetzt ein Haus. Ich baue jetzt einfach mein Haus. Zack. Easy. Als wäre nie was gewesen. Rekordzeit. Let's go. Okay, das ist doch nicht so einfach. Herz, ich habe es geschafft. Ich habe ein erstes Haus gebaut in Fortnite. Frage ich jetzt nur, wie komme ich hier raus? Warte mal. Ist ja ein Tornado. Tschüss. Der haut ja wirklich alles weg. Erster Tornado auf dem Handy. Ich will hier rein. Ich fliege auf dem Handy. Nicht so tief. Rüdiger, nicht so tief. Guck mal, wie viele Autos hier dabei sind. Tschüss. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich sehe nichts mehr. Ich schieße aber irgendwo. Alter. Das ist gar nicht gut. Gegner. Irgendwo ist hier ein Gegner. Da hinten ist ein Gegner. Zoomie, Zoom, Zoom. Ich bin so dumm. Oh, die fighten gegeneinander. Umi, fight. Ich helfe mit. Oh nein. Das ist so schwierig auf Entfernung. Ich schieße ihn noch kaputt. Oh Gott, der wird mich auch bringen. In die Pumpgun. Warum schießt der denn jetzt nur auf mich? Ey, du hast den Gegner geklaut. Tut mir jetzt gar nicht leid für dich. Hoffentlich frissen die Granaten richtig, du Ekelhafter. Ich habe meinen Gegner geklaut. Da hinten ist noch einer. Passt auf, den holen wir jetzt richtig geil weg. Spür die Macht von Greyskull, Junge. Warte mal, der hat gebaut. Wir bauen zurück. Ja, 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 mach doch. Ich zeige dir jetzt, wie ich baue. Oh nein, ich habe mich eingebaut. Shit, warte kurz auf mich. Ich erkläre das. Ich habe da nur Spaß gemacht. Ist er überhaupt noch da? Lol, ich habe so gut gebaut, der ist einfach abgehauen. Oder ist er die Zone gegangen? Wir werden es niemals erfahren. Locker ist er tot. Enten ist er doch. Woher gehst du denn weg? Oh Gott. Er wird sterben. Er wird sterben. Hilf mir, Waffeleis. Was fährt ihr hier? Oh Gott, ich habe ihn angegriffen. Ich bin lebensmüde. Jetzt wird mich das Waffeleis killen. Wie viel AP habe ich noch? Ich mache nur Zweier-Ticks. Aber ich werde von einem Eis bedroht. Ich schwöre, das war nicht extra. Okay, Leute, es ist Endzone. Es leben nur noch vier Gegner. Oha, ein Rabe, Korax. Ich weiß nicht, warum der schießt. Hallo? Achso, ich war das aus Versehen. Wo seid ihr fiesen Mistkerle? Zwei Stück noch. Hey, das ist fast wie gestern. In der normalen Runde. Da habe ich dann auf die Fresse bekommen. Boah, da vorne hat auch einer gebaut. Oder war ich das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Habt ihr aufgepasst? Wir müssen schnell bauen. Zack, 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 zack. Ich baue mir hier einfach was auf. Irgendwas. Guck nicht hin. Mach die Augen zu. Okay, da schießt einer. Ich bin dabei. Er schießt oben auf das Gebaute. Komm her. Schieß. Warum schießt er nicht schon automatisch? Nein, mir ist das egal. Da ist ein Busch drin. Ich kämpfe nicht gegen dich. Hallo, ich will nachladen. Wir holen uns mit dem Granite Launcher. Granite Launcher. Zoom rein. Hochzielen. Und einfach schießen. Und auch gut Glück hoffen. Ich glaube, der hat ihn sogar umgebracht. Das ist der letzte. Das ist das hier, Junge. Oh Gott, der wird mich so wegsnipen. Endlich mal wieder gewinnen. Wir haben ein Erfolgserlebnis. Wo ist der? Shit, der kommt hier hoch. Jetzt aber. Schieß einfach. Nein, ich schieße nicht. Wir bauen. Ich habe gesagt, wir bauen. Nein. Oh Gott. Ich habe Sachen gedreht. Ich kille den jetzt einfach. Das war deine falsche Entscheidung. Komm schon. Schieß doch. Mach doch irgendwas. Ich bin das so aufregend gerade. Der ist genau so scheiße wie ich. Könnte ein Bot sein. Keine Ahnung. Dreck. Let's go. Willenskraft ist alles. Lama Spezialist. Das war der schlechteste Sieg aller Zeiten. Freunde, das soll es vom Video gewesen sein. Schreibt eure Meinung zum Video gerne mal in die Kommentare rein. Sollen wir Fortnite mal mehr auf anderen Geräten spielen? Ich bin gespannt drauf. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.